Leute, ich musste notfallbedingt sofort zurück nach Deutschland, weil es Chica nicht gut geht. Sie atmet sehr schlecht, deshalb wollte ich um 22 Uhr noch zum Tier atmen. Wie ihr gesehen habt, scheint die Situation echt kritisch zu sein, deshalb habe ich sie direkt gepackt und bin zur Klinik gefahren. Der Arzt hat sie geröntgt und abgetastet und meinte, dass sie irgendwie Wasser in der Lunge hat und Herzprobleme. Deshalb hat er ihr dann Spritzen gegeben und voll eklig so eine Tablette in den Hals geschoben. Chica hat mir so leid getan. Und dann wollte ich endlich wissen, was nun Sache ist, ob ihr die Sachen helfen werden, was mit ihr passiert und dann passiert das. Aber ob es was ihnen hilft, kann ich ihnen nicht versprechen, ne? Und sollte es nicht helfen, dann wird sie sterben. Er sagt einfach trocken und eiskalt, dass sie sterben wird. Als ob Chica so krank ist, dass sie bald nicht mehr bei uns sein wird. Leute, bitte tut mir einen Gefallen und betet für Chica, dass sie es schafft und dass es ihr bald schon besser geht.